An meiner Arbeit gefällt mir besonders gut die verschiedenen Richtungen, in die sich die Arbeit immer entwickelt. Singen, Schauspielern oder Tochkabarett? Alles. Am kreativsten bin ich, wenn ich keine Arbeit habe. Die herausforderndste Rolle für mich war bisher Vater. Mein größtes Vorbild ist... Bist du deppert? Ha, das sind Fragen, die kann ich nicht beantworten. Mein größtes Vorbild... Mein größtes Vorbild. Mein größtes Vorbild. Mein größtes ist ganz viele. Aber ich könnte jetzt anfangen zu aufzählen. Es gibt hunderttausende Vorbilder. Es ist... Kopfmensch oder Herzmensch? Kopfmensch, genau. Kopfmensch. Im Jahr 2024 freue ich mich besonders auf... Es gibt ganz viele. Es gibt ein riesengroßes Projekt, auf das freue ich mich besonders. Ja, genau. Danke. Dankeschön, vielen Dank. Gerne, passt das? Ja, perfekt.